Moin, ich bin Julia. Die meisten kennen mich unter Julio und auf meine Kappe gehen zehn Ratinale Kurzfilme. Das Team vom Jugendkulturjahr und der Ratinale haben sich ein Wettbewerb für euch ausgedacht. Dreht euren eigenen Film. Drei Regeln gibt es. Erstens, nicht länger als 120 Sekunden. Zweitens, ihr fangt bei dem einen Gegenstand an und hört genau bei dem Gegenstand wieder auf. Drittens, im Querformat. Das ist wichtig, weil wir alle Filme davon zusammenschneiden werden und so einen langen Film daraus machen. Mit was ihr dreht, ist uns völlig egal. Alle Teilnahmebedingungen findet ihr auf www.jkj2020.de. Alle Einsendungen werden natürlich auch bei der diesjährigen Ratinale eingereicht. Da könnt ihr Preise und auch Preisgelder gewinnen. Also viel Spaß beim Drehen. Übrigens, Gegenstand dieser Woche ist die Fernbedienung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.